Die Welt der Finanzen ist sehr komplex. Wir liefern die Expertise, das Know-how, die Experten. Alle zwei Wochen, montags, auf smartes Geld. Heute Volker Hellmeier, der Chefökonom von Netfonds. Die Netfonds-Gruppe ist Deutschlands führende, unabhängige und börsengelistete Plattform für bankenunabhängige Wertpapierberater. Unsere Mission, die Finanzberatung der Zukunft. Für Wertpapierberater aus Banken, um kundenqualifiziert, maßgeschneidert und individuell beraten zu können. Herr Hellmeier, wohl nie zuvor wurde eine Rezession so häufig prognostiziert wie dieses Mal. Aber Sie will nicht so recht kommen. Was ist los mit den Experten? In der Tat, wir haben es einfach gehabt, die Abschwächung der Wirtschaft, der Weltwirtschaft, aber auch einzelner Wirtschaftsräume hier richtig zu prognostizieren, weil sich wesentliche Determinanten für die Wirtschaft verändert haben. Das ist einmal das Zinsniveau, das deutlich erhöht worden ist, dass Bremseffekte mit sich brachte. Es waren Rohstoffpreise. Es waren politische Maßnahmen im Rahmen von Sanktionspolitik, die die Effizienz der Weltwirtschaft massiv gestört haben. Von daher war also der Abschwung leicht prognostizierbar. Dass dieser Abschwung nicht homogen gleich auf der Welt etabliert worden ist, überrascht auch nicht, weil die Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Sanktionspolitik, sehr unterschiedlich ausfallen. Japan setzt positive Akzente mit Wachstum, 2,7 Prozent im Jahresvergleich. Warum? Ja, sie sanktionieren auf dem Papier, aber nicht in der Realität. Sie bekommen weiter Öl und Gas mit Discounts aus russischen Sachalienfeldern. Europa steht hier im Feuer. Und ja, wir haben diese Prognosen gehabt. Deutschland, Eurozone sind in der Rezession, aber es ist eine milde Rezession. Und womit hängt es zusammen? Es hängt damit zusammen, dass die Welt sich ökonomisch geteilt hat. Der globale Süden wächst weiter sehr stark in der Gesamtschau für dieses Jahr laut IWF. 3,9 Prozent Wachstum im globalen Süden, in den aufstrebenden Ländern, Schwellenländern, Entwicklungsländern, der Westen 1,3. Wenn wir uns aber insbesondere den asiatischen Raum, weil das der Impulsgeber ist, anschauen, dann wachsen die mit mehr als 5 Prozent. Und das ist im Grunde genommen die Größenordnung, die entscheidend ist, dass die Weltwirtschaft und damit auch Europa, USA, eine relative Stabilität im Rahmen dieser Abschwächung genießen. Das erklärt es. Grund für die Prognose war ja der zu erwartende Zinsanstieg. Damit einher stiegen ja die Renditen der Staatsanleihen. Also raus aus Aktien, rein in Anleihen? Also aus Sicht eines Amerikaners, der in den USA lebt und keine Währungsverwerfung hat, ist es sehr attraktiv. Wir haben jetzt Renditen im Bereich, kurzfristigen Bereich, zwei, drei Jahre von circa 5 Prozent. Im zehnjährigen Bereich um 3,8 Prozent. Und wenn wir uns anschauen, Verbraucherpreise bei 3 Prozent, dann haben wir hier real positive Renditen. So was kennen wir die letzten zehn Jahre nicht mehr. Also von daher ja nominal interessant, aber auch real interessant. Und damit stellt diese Anlageklasse aus Sicht der USA eine attraktive Alternative dar und steht in Konkurrenz auch zu Aktien in anderen Anlagen. Das gilt aber ja nicht weltweit. Wenn wir uns die Eurozone anschauen zum Beispiel, dann haben wir hier ein anderes Bild bei unseren Anleihen. Wir bekommen für zehnjährige Bundesanleihen 2,45 Prozent in etwa. Und die Preisinflation liegt aber jenseits der Mark von 5, das ist ein real negativer Zins. Damit gibt es hier keine wirkliche Attraktivität. Zeigt auch die Divergenz der Zentralbankpolitiken in der Vergangenheit, aber auch die Folgen der Sanktionspolitiken. Ergo, was will ich damit sagen? Anleihen sind aus US-Sicht, wenn man Amerikaner ist, sehr attraktiv. Für uns in Europa beispielsweise hätten wir vor sechs, acht Monaten gekauft, den US-Dollar bei Eurokurs von 1,03, jetzt bei 1,11, 1,12. Dann wäre das Ganze ein recht schlechtes Geschäft geworden, losgelöst von der Rendite, die man bekommt, weil die Währungsverluste höher gewesen wären. Also da spielen dann auch immer noch andere Aspekte mit hinein bei der internationalen Allokation Richtung Rentmärkte, auch Rentmärkte USA. Gegen Währungsrisiken kann man sich ja absichern. Machen die Fondsmanager das? Sie sind es zum Teil. Was wir feststellen, ist im Fondsmanagement, wenn wir uns das global anschauen, dass Anleihen eine profundere Rolle wieder in den Portfolios spielen, als es in den letzten zehn Jahren der Fall war. Das hat unterschiedliche Gründe und ist auch unterschiedlich ausgeprägt in den Regionen weltweit. Aber nochmal aus Sichtweise, insbesondere der Allokation in US-Titeln, der Verfall des US-Dollars hat die Rechnungen, die jetzt aufgemacht worden sind, wo in den USA investiert worden ist, zunächst einmal zunichte gemacht. Und das muss man mit ins Kalkül nehmen. Und in dem Moment, wo ich eine Währungssicherung vornehme, wird dieser Zinsvorteil des US-Dollars gegenüber meiner Währung wieder herausgenommen. Das ist, weil die Zinsdifferenzen sind Grundlage für die Berechnung von Terminkursen im Devisenmarkt. Insofern helfen manchmal dann Absicherungen eben nicht, weil sie nehmen den Vorteil, den die US-Papiere mit sich bringt, zinstechnisch, den nehmen sie genau wieder raus. Eine Billion US-Dollar haben die USA nach Anheben der Schuldenobergrenze an Anleihen emittiert. Das entzieht dem Markt reichlich Liquidität. Ist das nicht ein Grund, sich jetzt von Aktien fernzuhalten? Ich sehe es nicht so. Also eine Billion innerhalb von einem Monat ist viel, aber dahinter steckt mehr. Es steht ein technischer Aspekt dahinter. Wir haben seit dem Februar in etwa keine Updates mehr bei der Staatsverschuldung bekommen, weil kreativ finanziert worden ist, aber es ist latent finanziert worden. Und das Ganze wird jetzt urplötzlich nach der Erhöhung des Schuldenlimits wurden diese ganzen kreativen Finanzierungen aufgelöst und in die offizielle Finanzierung reingelegt. An sich haben wir pro rata temporis hier den Anstieg gesehen und von daher verzerrt der Blick jetzt auf die letzten vier Wochen. Fakt ist aber, und das ist entscheidend, dass die US-Haushaltsdefizite explodieren. Wir haben jetzt die Juni-Daten bekommen vom Treasury Budget. Im letzten Jahr gab es ein Defizit von 89 Milliarden US-Dollar. Erwartet waren jetzt schon minus 175 in einem Monat. 175 Milliarden US-Dollar. Es waren am Ende 228 Milliarden Dollar Defizit. Und das sind Größenordnungen, die schon dem Kapitalmarkt was entziehen, aber sie sind meines Erachtens nicht so dominant, als dass sie die Entwicklung der Aktienmärkte derzeit nachhaltig stören können. Der Grund für all das liegt ja in dem massiven Anstieg der US-Leitzinsen. Wie geht das jetzt weiter an der Zinsfront? Wir sind in der Auslaufphase bei der US-Notenbank der Zinserhöhungspolitik. Ich sehe sogar eine Chance, dass wir gar keine Zinserhöhung mehr bekommen. Warum? Wir haben den Leitzins bei 5,125 Prozent derzeit, die Fed Funds Rate. Die Preisinflation ist bei 3 Prozent, Erzeugerpreise bei 0,1 Prozent, Importpreise fallen im Jahresvergleich jetzt minus 4,9 Prozent. Das sind die Vorlaufindikatoren für die Verbraucherpreise. Und insofern haben die USA eigentlich ihre Aufgabe erreicht. Und Sie wissen auch auf der anderen Seite, weil die Zentralbank ja auch eine Verantwortung für die Konjunkturlage hat, erste Fissuren sind am Arbeitsmarkt in den USA erkennbar, dass weitere Zinssteigerungen, insbesondere für den Einzelhandel, für den Konsum, sehr negativ wirken würden. Also maximal sehe ich noch einen Schritt, um nur ein Viertel Prozent. Ich halte es für möglich, dass er nicht mal stattfindet. Wir sind in der Auslaufphase und damit ergibt sich für die USA ein anderes Bild, als zum Beispiel für Großbritannien und Europa und die Eurozone. Die Kanadische Notenbank hat gerade erklärt, das Inflationsziel von 2 Prozent sei aber erst 2025 zu erreichen. Ist das jetzt eine Art Türöffner für eine insgesamt höhere Inflation, 3 Prozent oder sogar mehr? Ich gehe fest davon aus, dass die Flexibilität der Zentralbanken bei der Definition des Inflationsziels zunehmen wird. Wir sehen es auch bei der EZB, dass man dort jetzt auch sagt, bis 2025 Richtung 2 Prozent. Das ist jetzt wohl der Duktus im westlichen Zentralbankensektor. Ich halte das für auch angemessen, jetzt auf einer Zinsschraube nicht zu überdrehen, um nicht die Wirtschaftsstrukturen zu gefährden. Es ist ein pragmatischer Ansatz. Ich möchte aber auch noch etwas hinweisen. Wir sehen im Grunde genommen eine geteilte Welt. Die westliche Welt hatte höhere Inflation, während der globale Süden überhaupt nicht diese Inflationsprobleme, wie der Westen hatte. Wir schauen immer durch das westliche Prisma, aber wir haben nur noch gut 30 Prozent an der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft wird heute nicht mehr im Westen gemacht, sondern sie wird im globalen Süden gemacht. Und dort haben wir diese Inflationsprobleme nicht. Wir reden dort beinahe von Deflationsproblemen. In China haben wir die Verbraucherpreise bei 0,1 Prozent, erzeugen wir Preise negativ. Und insbesondere Asien hat eher ein Deflationsproblem perspektivisch. Und das wirkt sich auch auf uns aus. Also von daher kommen eher dann entspannende Signale zunächst einmal, die wir erwarten dürfen. Und es ist weise von den westlichen Notenbanken zu erkennen, wann der Grenznutzen der Zinserhöhung erreicht wird. Bleiben wir kurz bei China. Erzeugerpreise runter, Export minus 12 Prozent, Immobilienpreise fragil, Banken sind eine Blackbox. China ist damit kein Wachstumsmotor mehr, vielleicht sogar ein Problemfall? Ich sehe China gar nicht als Problem und will das erklären. Ja, Wachstumsprognosen in der Spitze dieses Jahr bei 6 Prozent sind zurückgenommen worden auf Richtung 5 Prozent. Aber für die Weltwirtschaft ist das schon ein Motor. China stellt 20 Prozent der Weltwirtschaft in den Fakt, knapp 20. Und wenn die mit 5 Prozent wachsen, dann ist es der Treiber der Weltwirtschaft. Also ich widerspreche der These, dass China hier nicht ein entscheidender Motor ist. Wenn wir uns anschauen, die Exporte, müssen wir vorsichtig sein, weil da Basiseffekte eine Rolle spielen. Ja, die Exporte sind in Währungen gemessen um 12 Prozent zurückgegangen. Aber wir müssen mal fragen, wo standen dann die Rohstoffpreise, die ganz wichtig sind für Importe und auch die Preise der Exporte, wo standen die eigentlich im letzten Jahr? Das heißt, wir haben sehr viele Preiseffekte bei dieser Betrachtung dieser Größe. Und insofern verzerren diese minus 12 Prozent bei den Exporten das Gesamtbild. Ein großer Teil davon sind Preiseffekte, deflationäre Preiseffekte im Vergleich zum Vorjahr, die sich hier niederschlagen. Ich wünsche mir sogar darüber hinaus, dass wir bei den Handelsbilanzen in ausgeglichenere Phasen eintreten. Und ich glaube, auf dem Weg sind wir, aber losgelöst davon ist für mich diese Zahl minus 12 Prozent bei den Exporten im Jahresvergleich nicht kritisch. Zu den Immobilienmärkten, ja, das ist ein Problem und damit auch nachgeordnet bei den Banken. Nur, wir haben in China andere Mechanismen, Marktmechanismen als in der westlichen Welt. In der westlichen Welt würden vielleicht bestimmte Mechanismen anders ziehen. Dieses Land ist in der Lage, auch weil es autark ist in der Finanzierung, jederzeit diese Probleme zu beordnen. Und dafür sind die Mittel nach wie vor gegeben. Ich weise nur darauf hin, Devisenreserven bei knapp 3.200 Milliarden Dollar. Die nächsthöchsten hat meines Erachtens Japan mit ungefähr 1,2 Billionen. Also, die Welt scheint für Sie in Ordnung. Was aber ist mit Deutschland? Die Produktivität hierzulande nimmt ab. Warum ist das im öffentlichen Diskurs kein Thema? Ich bin schockiert darüber, welch Analphabetismus wir im Bereich Ökonomie in Deutschland haben. Und zwar politisch als auch medial. Dieser Produktivitätsrückgang beschreibt nichts anderes, als dass hier nicht mehr genügend investiert wird. Investitionen erhöhen die Effizienz des Wirtschaftsprozesses, erhöhen die Produktivität. Und ich meine dieses Thema schon seit geraumer Zeit an. Der Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, ist die Grundlage aller Einkommen für Staat und private Haushalte. Und wenn nicht investiert wird, aber Abschreibungen auf den Kapitalstock stattfinden, wird er kleiner, geringer. Dann gibt es weniger zu verteilen, auch für den Sozialstaat. Da hängt die politische, gesellschaftspolitische Stabilität an. Diese Daten sind Warnzeichen an die Politik, sich mit Ökonomie und den Grundlagen für den Investitionsstandort Deutschlands intensiv zu beschäftigen. Das fand in den letzten zehn Jahren, insbesondere bei den letzten zwei Jahren, nicht ausreichend statt. Und wir spielen hier am Ende mit dem Rückgrat Deutschlands, so wie wir Deutschland seit dem Wiederaufbau seit 1949 kennen. Und dieses Risiko scheint den Menschen, aber auch unserer Politik und unseren Medien nicht bewusst zu sein. Aber warum steigen dann hierzulande die Aktienmärkte? Aktienmärkte sind etwas anderes als unsere Nationalökonomie. In unseren Aktienmärkten DAX 40 sind die 40 größten Unternehmen, die alle Global Player sind, gelistet. Diese Unternehmen haben in den letzten 10, 15 Jahren viel Produktion aus Deutschland verschoben, in den Rest der Welt. Sie hängen nachfragetechnisch mehr an dem Rest der Welt als am deutschen Modell. Es ist ein riesiger Fehler, unsere Unternehmen nur durch das Prisma der deutschen Konjunktur, der deutschen Politik und der europäischen Markt und der europäischen Politik zu sehen. Wir müssen hier einen globalen Zuschnitt haben. Und das erklärt auch die zum Teil positiv überraschenden Quartalsergebnisse in dieser krisenhaften Situation. Und mehr noch, was machen Unternehmen? Unternehmen müssen sich jedes Quartal quasi neu erfinden. Sie müssen optimieren. Sie müssen auf die Probleme sofort reagieren. Nicht wie unsere Politik. Sie sagen, wir nehmen ein Thema esoterisch als maßgebliches Thema für die Politik und die Wirtschaft lassen wir außen vor. Das können diese Unternehmen nicht machen. Sie müssen sich latent optimieren. Und das schlägt sich dann eben auch in der Bewertung der Unternehmen an den Märkten nieder. Viel Ehe für die deutsche Wirtschaft. Aber der nächste weltweite Hype, KI, läuft doch gerade an Deutschland vorbei, oder? Nein, das sehe ich nicht so. KI wird eingesetzt. Auch bei uns im Unternehmen übrigens. Aber was Deutschland und Europa fehlt, sind Marktführer, die diese Technologie entwickeln. Und natürlich sind jetzt Unternehmen wie Microsoft und Google, die das Ganze umsetzen, die auch Skaleneffekte mit ihrem Geschäftsmodell haben, um das Ganze umzusetzen. Im Fokus. Aber in der Anwendung, auch im industriellen Sektor, findet das hier statt. Da sollten wir uns nicht unterschätzen. Aber ich bedauere sehr, und das ist ein Thema, vielen Dank, dass das hier angesprochen wird, dass ich immer wieder aufnehme. Ich fordere seit 2013, 2015, wie seinerzeit der Chef von ERDS, den IT-Erbungs für Europa, für Deutschland. Und dass wir dieses so für die Zukunft elementare Feld nach wie vor nicht im erforderlichen Maße bestellen, ist traurig. Und nur hier Halbleiter zu produzieren, ist nicht das Problem. Wir brauchen Hardware, Software, wir brauchen KI. Und da brauchen wir Unternehmen, die hier weltweit mitführend sind, wenn wir die Position von Europa nicht auf Dauer weiter minimieren wollen in der Weltwirtschaft. Die glorreichen Sieben haben bislang den Rahmen abgeschöpft. Allerdings werden sie beim KGV mindestens mit mehr als 30, einer sogar mit mehr als 200 bewertet. Ist das zu viel des Guten? Also bei 200 bin ich bei einer Übertreibung, da reden wir über NVIDIA zum Beispiel. Ich sehe für Unternehmen wie Microsoft, Google, die eben jetzt im Rollout von künstlicher Intelligenz enorme Vorteile haben durch ihre Geschäftsmodelle, wer hat nicht Microsoft auf seinem Computer, dass diese Unternehmen Kursgewinnfeld von 30 bis 35 durchaus verdienen. Der Erfolg dieser Unternehmen in den nächsten Jahren über diese neue Struktur wird in meinen Augen sehr hoch sein. Und er wird in meinen Augen derzeit auch noch unterschätzt. Das heißt, es ist kein Fehler, wenn man sich die Aktien dieser glorreichen Sieben ins Depot legt, komme was wolle? Es ist in meinen Augen kein Fehler. Ich würde nicht alle sieben nehmen, sondern auch hier genau hinschauen, welche Unternehmen sind hoch bewertet, welche Unternehmen haben Skaneffekte. Wie gesagt, Microsoft, Google werden für mich zu denen, die vom Rollout dieser neuen Technologie am stärksten profitieren werden. Für mich ist übrigens KI ein größerer Strukturbruch als das Internet. Aber das wird noch Zeit brauchen. Aber die potenziellen Skaneffekte bei Bilanzsumme, Ertrag sind bei diesen Unternehmen in meinen Augen am stärksten ausgeprägt. Und KI gehört in die Depots, weil KI wird ein bestimmender Faktor über die kommenden Dekaden. Nun heißt es aber zum Beispiel, die Google-Suchmaschine werde leiden, weil KI ja Antwortmaschinen kreiert. Also wird Google eher leiden als gewinnen? Ich sehe es anders. Ich glaube, dass es einfach ein zusätzliches Angebot ist. Manche wollen nur was suchen, eine schnelle Information haben und das ist an sich Google-Suchmaschine. Und das andere ist eine Anwendung, die für professionelle Zwecke geeignet ist, die sich der Suchmaschine auch bedient übrigens. Also die Suchmaschine ist die Grundlage für AI, für die künstliche Intelligenz, die dann draufgesetzt wird. Das ist ein additives Element. Und insofern sehe ich deswegen nicht das in der Suchmaschine. Noch eine Frage zu Gold. Es hieß stets, solange wir negative Realzinsen haben, ist Gold gesucht und steigt im Wert. Jetzt haben wir aber schon punktuell positive Realzinsen. Was wird dann aus Gold? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bleibe ein Freund der Edelmetalle aus einem ganz einfachen Grund. Sicherlich kann man monokausal sein und der Zins spielt da eine große Rolle. Das Zinsbild hat sich verschoben, damit ist Gold, das keine Zinsen bringt und Silber uninteressant. Nein, wir haben eine der größten Veränderungen im Weltfinanzsystem seit 1944, seit Brenton Woods. Der Leitwährungsstatus der USA erodiert schneller seit Beginn der Ukraine-Krise als jemals zuvor. Die Abwendung vom US-Dollar wird immer dynamischer. Das heißt, immer mehr Länder des globalen Südens machen Handel in ihren bilateralen Währungen, schließen den US-Dollar aus, weil er missbraucht wird als Machtinstrument. Darüber hinaus nimmt die Reservehaltung bei den Weltwährungsreserven im US-Dollar dynamisch ab und dynamischer ab, als es vor zwei Jahren denkbar war. Und Gold wird gegen Dollar notiert, wenn der Dollar perspektivisch an Boden verliert und er wird dann Boden verlieren. Auch weil die USA Verschuldungspolitiken haben, jenseits von Gut und Böse. Wir werden im laufenden Fiskaljahr, im Kalenderjahr, vorausgeglich eine Neuverschuldung haben von zwei Billionen US-Dollar. Nochmal zwei Billionen. Die US-Wirtschaft ist um das Sechsfache größer als die deutsche Wirtschaft. Machen wir das Achtfache besser so. Wir reden hier bei uns über Haushaltsdefizite von 20 Milliarden Euro. Mal acht werden wir 160. Dort reden wir von zwei Billionen. Und das erodiert diesen Status weiter. Und vor dem Hintergrund, dass der Euro ja nur an sich eine Funktion des Dollarsystems ist, ergibt sich allein aus dieser Veränderung im Finanzsystem für mich weiteres Aufwärtspotenzial für Edelmetall, insbesondere Gold. Die smarten Zentralbanken dieser Welt bauen Goldbestände auf, nicht ab vor diesem Hintergrund. Das heißt, der solitäre Blick nur auf Zins, Gold nicht, Währung ja, verstellt den Blick für das gesamte Bild. Und das gesamte Bild bleibt für mich Edelmetall positiv. Viel Spaß beim � Think of. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020